Kommen wir zu angenehmeren Themen vielleicht, möglicherweise. Mobile World Congress. Oh je, was ist denn daran angenehmer? Naja, also wenn man sich jetzt mit so einem Thema nicht so in Depth beschäftigt, sondern nur so guckt, was so am Twitter vorbeifährt, dann ist für mich sind da vor allem drei Geräte hängen geblieben. Über das Samsung haben wir letzte Woche schon gesprochen. Und das zweite Highlight eigentlich war dieses Energizer Phone. Nein. Doch. Ein Highlight ist ein zu großes Wort. Ein zu großes Phone. Zu großes Wort gibt es dafür wahrscheinlich nicht. Also das Energizer Phone ist halt von der Batteriefirma und die haben halt eine komplette Powerbank genommen und ein Android Phone draufgeklatscht. Ja, also offensichtlich ist nicht Leo der Einzige hier, der, wir erinnern uns, letzte Sendung, wo ich gesagt habe, das Batterieproblem ist gelöst. Und Leo so um Gottes Willen und dann war direkt jemand von Energizer hat zugehört. Ich bin über diese Aussage immer noch völlig fassungslos, dass dieses Akkuproblem gelöst sei. Und dass alle, alle bejahend eingefallen sind. Bis heute schockiert er über dieses Ereignis in der letzten Sendung. Ich meine, das sieht einfach auch gut aus. We value your price. Nein, nicht der Cookie-Hinweis, sondern dieses Telefon ist halt so fett wie vier normale. Ja, wie lange läuft es eine Woche? Ja. Ja, ist halt so groß wie ein Nokia, ist halt wie so ein altes Nokia mit Smartphone drin. Ist das denn eigentlich ernsthaft, weil ich habe das nicht weiter verfolgt, ich habe das gesehen und dann habe ich mich nicht mehr darum gekümmert. Ist das ernsthaft als Produkt, das vermarktet und verkauft werden soll, gedacht oder war das einfach ein Witz von Energizer, die sich damit eine schöne PR-Nummer gegönnt haben? Ist egal, aber das hat funktioniert. Aber ich meine, das ist ja nun wirklich. Also ich meine, es ist ein bisschen traurig, dass eigentlich vom Mobile World Congress bei mir auch nicht mehr hängen geblieben als drei Telefone. Also das ist irgendwie eine schlechte Ausbeute für einen Kongress, der, keine Ahnung, knappe Woche lang ist. Aber es ist mehr als letztes Jahr. Also wirklich, letztes Jahr kann ich keine drei Dinge sagen, die hängen geblieben sind. Also das ist doch schon ein bisschen bitter, oder? Zwei von den drei Dingen sind ja mehr oder weniger identisch. Und die andere ist eine Witznummer. Aber wenn du das brauchst, wenn du ein Telefon brauchst, weil du in den Wald gehst und dort irgendwie, weiß nicht, was du im Wald machst, aber du brauchst da irgendwie Funk und Kamera und Kram und willst halt ein Gerät, was, das könnte noch mehr Rocket sein. Also weißt du, mit so Gummipanzer und so wie die Toughbooks und so. Und so schnell, dass du es am Rücken haben kannst. Ja, ja, mega Idee. Das wäre nicht schlecht. Also ich meine, es hat halt... Mit so einer Trinkblase noch drin. Das Problem ist ja, die Argumentation liegt ja nahe, dass man sagt, naja, wenn ich genau das brauche, nehme ich mein Smartphone, das ich sowieso schon habe, und eine Powerbank mit. Oder so, angenommen, ich habe irgendwie ein iPhone, dann kaufe ich mir halt diesen hässlichen Buckel. Kannst du ja auch irgendwie machen. Hält dann vielleicht nicht ganz so lang, aber geht natürlich schon. Der Nachteil ist natürlich, du lädst dann wieder einen Akku mit einem Akku, was einfach Verluste vorprogrammiert. Also das geht halt einfach nicht anders. Und das hast du bei dem Telefon natürlich nicht, weil da einfach ein riesiger Akku an die Elektronik dran geschnallt wurde. Es hat also so ein bisschen Daseinsberechtigung, aber halt echt nur ein bisschen. Also das ist halt... Es gibt ja noch mehr nischigere, blödsinnigere Android-Phones als das. Oder dieses Caterpillar-Zeug, was man einfach mit dem Auto drüber fahren kann. Vielleicht, ja. Das hat ja wenigstens einen klaren Anwendungsfall, oder? Ich habe einen Freund, der hat das, und der hat auch drei Kinder, und er sagt, deswegen habe ich dieses Telefon. Und das sieht komplett ramponiert aus. Das ist relativ der Wahnsinn, aber die Kinder sind irgendwie so alt wie meine, und die laufen halt immer da rum und hauen das Ding irgendwie gegen die Ecken, wenn die da rumlaufen. Immer ab dem dritten Kind gerät alles aus der Kontrolle. Genau, genau. Alles vorbei. Das war ein schöner Marketing-Stand. Ich habe auch ein bisschen geschmunzelt, weil dieses Batterien-Thema uns nicht verlässt, obwohl es ein gelöstes Problem ist, was lustig ist. Aber ja, es ist interessant, dass jemand mal sowas gewagt hat, weil, ich meine, das ist ganz schön an diesen Geräten, man kann es ja einfach dann irgendwie mit Android auch machen, ja. Also, das ist halt irgendwie, selbst, ne, also, selbst wenn es jetzt, dieses Telefon nicht zur Produktreife kommt, weil Leute dann auch einsehen, dass das Quatsch ist, ähm, man kann sowas bauen. Das ist, das ist, äh, ich glaube, ich glaube auch, die haben es nicht selbst gebaut oder entworfen, sondern die haben das wirklich so, wie Timo gesagt hat, relativ lustig die Powerbank genommen und so ein generisches Smartphone und jemanden gefunden, der das halt irgendwie zusammenschmelzen kann, äh, um auf diese Messe dann zu nehmen. Ja, der, der Kamerahügel, aber hinten drauf ist der schönste eigentlich, ehrlich gesagt, ähm, ganz wichtig, dass der da, der da auch erhalten ist. Ja, klar, ich meine, wo sollen wir sonst hin damit? Richtig, kein Platz im Gerät sonst. Das Ding ist so dick, die könnten da so eine richtige Tele-Lens einbauen, die einfach so ein gefühlt 600 Millimeter Äquivalent einbauen, weil es, ne? Das hatten wir doch auch beim, was war das denn für eine Firma, die so ein, so ein richtiges, so ein Monstersensor auf ein Smartphone draufgeklebt hat. Ach ja, wer war denn das? So irgendwie 48 Megapixel, komm nicht mehr drauf, aber ja. Naja, das, das war da, 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 das ist für 20, äh, Vio, Vio. Ja, das, das ist ja aber ja aktuell, aber das war ja schon von einer, von einer Weile, die so ein, so ein Brocken von Sensor da drauf genudelt haben, ich weiß es noch nicht mehr, wer es war. Naja, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Riesenerfolg geworden und ist durch die Decke gegangen, so ein, so ein Zeug. Aber das ist halt auch so ein Vorteil von dem Android-Zeug, dass jede Bude, die gerne sowas machen möchte, das auch kann. Und das Ergebnis wahrscheinlich irgendwie nicht toll, aber so mittel schon wird. Nokia hat jetzt, Nokia hat jetzt das Vio 9, glaube ich, vorgestellt, also mit so fünf Kameras hinten drauf, vielleicht sind es sogar mehr. Ähm, die, äh, verkaufen das jetzt auch irgendwie für 600 Dollar, glaube ich. Hier ist es, glaube ich, auch schon im, im Handel. Ähm, die arbeiten sich so ein bisschen, also das ist ja, ist ja nicht mehr wirklich Nokia, äh, die arbeiten sich so ein, der Brand klebt da noch drauf, ähm, die, die arbeiten sich so ein bisschen hoch. Die haben immer so, so sehr preiswerte, ähm, Smartphones gemacht, die haben wir auch hier mal schon besprochen, weil Timo sich ja eins gekauft hat. Ähm, und jetzt, jetzt sind sie wirklich bei so einer mittelpreisigen Segment sind sie angekommen, ähm, mit irgendwie prinzipiell lustiger, interessanter Kameratechnik erstmal. Also, was, was schaffst du halt, wenn du ganz viele Kameras, äh, oder Objektive halt hinten ans Gehäuse klebst? Und das ist ohnehin so ein 2019er Trend so ein bisschen. Ich meine, Samsung hat in ihrem Galaxy S10 halt drei drin, und ich glaube auch, also, es wird ja gemunkelt, dass Apple da vielleicht auch nachzieht. Und das, das, das scheint eh sowas zu sein, irgendwie mehr Hardware, äh, in Kameraform an die Rückseite von Smartphones. Und Nokia hat es jetzt irgendwie mit, ähm, fünf, fünf Kameras sind, glaube ich, auf der Rückseite, ähm, vorangetrieben. Es hat natürlich was von dem Wettrüsten bei Rasierklingen. Ich kann da nicht so viel zu sagen, aber... Das hat ja auch irgendwann so Absurditäten dann angenommen, so fünf Klingen. Ja, ja, Five Blades! Genau, naja, gut. Das, das andere Faltphone war also hier das, das Huawei Mate X. Das ist eine Telefon, was man nach, äh, wo das Display außen bleibt. Also die Außenseite ist das Display, und das kannst du halt aufklappen oder nicht. Und das ist so im Grunde die offensichtliche andere Variante, dass, ähm, das Samsung klappt sich nach innen. Also das, das große Display ist innen. Und bei dem Mate X ist es halt außen und bleibt außen. Und es hat, äh, es schließt sich sozusagen zu einer glatten Form, weil an einem Ende dann ein Knöbel ist. Genau, die Kameratechnik sitzt in diesem, ähm, Grip, würde man wahrscheinlich sagen. Und es ist eigentlich ganz, also ich finde es ein ganz cleveres Design, weil du halt im Moment noch nicht diese beiden Bildschirme wirklich plain aufeinander legen kannst. Und deswegen ist der Grip eigentlich auch ganz, ganz eine nette Idee, weil, äh, er es halt so aussehen lässt, als ob sie aufeinander liegen würden, diese zwei Seiten. Ähm, oder halt auch dann sind da, weil sie halt irgendwie diesen Grip haben, der das ganz gut abrundet. Äh, ich, es durfte halt keiner anfassen, ähm, bislang. Oder hat, hat jetzt irgendwie mal, The Verge durfte, glaub ich, mal irgendwie jetzt einen ausgeschalteten Zustand oder sowas mal anfassen. Aber es scheint alles noch sehr, sehr unfertig. No touching. Ähm, aber es ist prinzipiell interessant, dass, äh, zwei unterschiedliche Ansätze mit dem nach innenfalten, nach außen, äh, knicken existieren von, von zwei wirklich großen Firmen, äh, die sich in diesem Detail unterscheiden. Was ist denn besser? Oder ist das egal und beides ist vertretbar? Naja, das, vielleicht werden wir es noch sehen, was der Markt, äh, was der Markt dazu sagt, falls da überhaupt jemand, äh, drauf anspringt. Ähm, ähm, also ich, ich persönlich würde das, äh, Huawei bevorzugen, muss ich sagen. Ich finde mir, äh, schließt sich das logischer vom, vom Konzept her, als, als diese, ja, als die Trennung zu machen und praktisch außen nochmal ein anderes Display drauf, ein kleines, anderes Display drauf zu packen. Ist ja eigentlich, ist ja eigentlich komisch, während du da einfach wirklich diesen, diesen schönen Effekt hast, das einfach auf- und umklappen zu können. Und das wirkt ja, wirkt auch so vom Gerät her, wirkt eigentlich stimmiger, ich meine, äh, abgesehen von der Frage natürlich, wie, wie lange dieser Mechanismus hält und, äh, und die Software ja ganz ausgeklammert. Ähm, das bleibt ja, also das geht ja, das ist ja bei beiden, äh, bei beiden Telefonen das, das Basisproblem oder die große Frage, wie, wie schnell da drauf angesprungen wird und, ähm, du wirklich was Sinnvolles damit machen kannst am Schluss. Ich hab ein Video gesehen von der, von der Messe, wo die Messe damit dasteht mit dem aufgeklappten Telefon und der Typ, der das Video macht, sagt, klapp mal zu. Dann sagt sie, nee, ich soll nicht so oft. Naja, wahrscheinlich, okay, ja, wahrscheinlich eine empfehlenswerte Anweisung gewesen. Ist das, ist das gut für ein Gerät, was man bald kaufen kann? Ah, wer weiß. Ich weiß nicht. Aber ich glaub ernsthaft, das ist, das ist nicht das Hauptproblem von diesem Gerät, weil, das lässt sich irgendwie lösen, so. Ja. Ja, also das. Ich glaub, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wenn du da zwei plötzlich Telefonen in der Hand hast. Ja, ja. Ja, ich mein, du kriegst ja auch, den Preis ist ja so, dass du eigentlich zwei hast, oder? Genau, genau, genau. Also das Huawei soll irgendwie zwei, drei oder zwei, vier kosten? Ja, definitiv teurer als das Samsung nochmal, das ist ja bei zwei lag. Aber der Preis ist auch nicht das Problem, weil die, die kauft keiner. Das wird, das ist Quatsch, die zu kaufen. Das ist ein Prototyp, der wird, äh, der wird in ein paar Jahren, also, da werden wir nie mehr darüber sprechen. Ähm, ähm, äh, aber die Frage, die grundlegende Frage ist ja, ob das Konzept, äh, irgendwann mal spannend wird. Und selbst da hab ich meine Zweifel, ehrlich gesagt, mittlerweile. Also nach dem ersten Mal war man sich noch ein bisschen unsicher. Ähm, nach dem zweiten, ich bin mir ein bisschen mehr sicher, dass das, dass das Konzept noch nicht ausgereift ist. Also das hat ja auch so praktische Probleme, wenn du dieses Display außen hast und es muss größtenteils aus Plastik sein, zumindest in dem Teil, der sich biegen soll. Ja. Dann hast, also man sieht, wenn man, man hat Videos gesehen von dem, äh, halbgeklappten oder aufgeklappten Display, wie sich da Licht drin spiegelt und das halt auch im flachen Zustand, dass da die, das Gelenk quasi im Plastik schon so eine, so Wellen wirft. Mhm, ja, klar. Das kann nie wirklich ganz glatt sein und wenn das mal ein Jahr alt ist, dann nicht, ich soll nicht so oft. Ja, also, das kann kein Glas sein im Moment und, ähm, ich weiß nicht, äh, heute, heute oder gestern flogen so ein paar mögliche Hüllen für das Ding durch, was das Ganze halt absurd umführt irgendwie. Also diese Samsung-Hülle, die man gezeigt hat, das hat auch mal so eine Plastik-Doppelschicht, die dann irgendwie das ganze Gerät umklappt. Also völliger, völliger Humbo, wirklich. Ähm, also ich, ich weiß nicht, es ist halt auch so eine gewisse, äh, ich, ich, Zurückhaltung von Firmen, die das jetzt nicht auf den Markt werfen, obwohl sie es könnten, äh, die, die muss man auch ein bisschen respektieren, muss ich sagen. Weil das ist, das ist auch so eine Form von Marketing-Stunt, der da irgendwie, äh, vollzogen wird, weil, ja, sie wollen das verkaufen, aber ganz im Ernst, das ist, ähm, ich unterstreiche meine Aussage von eben nochmal, keiner wird diese Geräte kaufen. Ähm, ähm, äh, und, und die werden, die, also das, das, diese Generation, die wird nicht irgendwie interessant. Die Dinger würde ich ja gerne, also, wenn, wenn so Messeartikel irgendwann so im Mediamarkt landen, also, weißt du, so ein 300-Zoll-Fernseher oder sowas, der kostet dann 25.000 Euro, der steht dann da ein Jahr in dem Laden drin, dann wird er für 15.000 irgendwie verscherbelt und niemand will ihn haben, dann steht er dann noch einen Monat, dann sagt er 10.000, dann geht er irgendwann für 8.000 weg oder so. Ich meine, dass es so ein Telefon ist, so ein Klapptelefon, und ihr wisst ja vielleicht, wie diese Aussteller in den Mediamärkten von den Smartphones aussehen. Wie sehen dann diese Telefone, die man nicht allzu oft knicken sollte, dann nach einem Jahr aus? Wie die Hölle. Oder halt auseinandergebrochen. Manche von den iPhones auch, die, also die iPhones haben ja so ein Minimum an dieser fettabweisenden Schutzschicht auf dem Display drauf, ja. Aber die gibt irgendwann auf in so einem Mediamarkt, ja. Irgendwann besteht so ein Telefon in so einem Aussteller-iPhone halt so 50 Prozent iPhone und 50 Prozent Handfett. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen, ich glaube, da kann man diesen, wenn man geschickt ist, kann man diesen Trick machen, wie mit der Tischdecke und dem Geschirr. Wenn du das iPhone schnell wegziehst, dann bleibt das Fett stehen. Ah, ich war nicht so sicher. Kann man ausprobieren. Das ist auch so ein Bild, was nicht so schnell mehr aus dem Kopf herausgeht. So ein Schild in der Smartphone-Abteilung. Ich weiß ja nicht, ob das der beste, also ob man die anfassen möchte. Naja, es ist interessant, ob die Idee irgendwie weiterführt, weil die Idee, also der Science-Fiction-Aspekt davon ist sehr schön, dass du das Display aufklappen kannst. Ja, der Westworld-Aspekt, ne? Der Westworld-Aspekt ist interessant. Genau, richtig. Aber wenn das technisch jetzt erstmal, bis wir biegsames Glas bekommen, irgendwie nicht umsetzbar wird, was, wenn das weiterhin so dick wie eine Tafel, zwei Tafeln Ritter Sport bleibt, mit Nüssen und aus Plastik bleibt und keine Hüllen passen und es verkratzt, weil es aus Plastik ist und in deiner, die Außenseite in deiner Hosentasche gegen die Schlüssel. Ja, aber deswegen halte ich ja die Variante von Samsung für Smart. Also die Idee ist gut, die ist einfach besser als alles andere, was ich bisher in dem Ding gesehen habe. Heißt aber immer noch so diese Keilform, weil du sie nicht zusammenklappen kannst. Sprechen wir über die Idee oder die Umsetzung, weil das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ideen kann man ganz toll haben von so Klapptelefonen und haltbaren Displays und so weiter. Aber die Umsetzung, die wir gesehen haben, von Samsung auch, die hat ja dieses Mini-Display vorne drauf, das total mit eingerahmt, recht unattraktiv einfach aussah zum Benutzen. Also wirklich nicht irgendwie schön. Eigentlich müsste man es andersrum denken, müsste man sagen, es ist eigentlich ein Tablet, was man zusammengeklappt hat und was so primär, ja, aber ich. Also das Problem ist doch, dieses Display, also dieses Telefon kombiniert von Samsung, kombiniert zwei Dinge. Der Wunsch nach einem großen Display, während man gleichzeitig ein kleines Display hat, wo man im Daumen überall hinkommt. Dass, um es mit Hersys Worten zu sagen, man sich da vor der Tür in den Hos geschissen hat. Und das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also, dass das von vorne optisch einfach unattraktiv ist und dass man da vielleicht mal einen Designer ranlassen soll, bin ich grundsätzlich bei dir. Aber insgesamt finde ich auch die Umsetzung eigentlich ganz okay. Also, die ist noch nicht so gut wie die Idee, aber ich meine, du musst halt irgendwann mal sagen, und jetzt machen wir es einfach mal. Dann stellen wir vielleicht fest, es ist nicht so geil. Weil, weißt du, wenn du jetzt heute im Nachhinein dir so ein iPhone 3G anschaust, das ist auch nicht so richtig geil gewesen. Weißt du, mit dem bröckelnden Plastik und was weiß ich, irgendwas und dieses und jenes. Weißt du, im Nachhinein hat man dann was Schöneres und, aber ich glaube, da haben wir ja letztes Mal vielleicht auch genug drüber geredet. Das war nötig, dass, also dass irgendwer mal sagt, pass mal auf, und ja, wir machen da einfach mal ein Produkt draus. Das ist schweineteuer und das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir, wir haben halt ein Produkt draus gemacht und da ist halt nicht so No-Touch. Es ist aber so, auch vielleicht sind Fernseher ein ganz guter Vergleich, weil die haben vor ein paar Jahren, die ganzen Fernsehersteller, sind sie angekommen mit hier 3D. Haben Leute, die sich damit auskennen, gesagt, was für ein Dreck. Dann haben sie es ein paar Jahre versucht und wieder weg. Dann haben sie gesagt, hier, wir können jetzt die Bildschirme leicht gebogen bauen. Was für ein Dreck. Ja, und jetzt kommen diese, diese Falt-Handys und wir sagen uns, irgendwie nett, wahrscheinlich kein Dreck, aber kann man das gut machen. Ja, genau, das ist halt jetzt, das ist die Herausforderung der nächsten Jahre. Also, das ist, was wir jetzt sehen, da werden wir irgendwann sehr, sehr drüber lachen. Also, das ist wie, wenn du halt sagst, der Nokia Communicator ist ein Smartphone. Das war er damals. Wenn wir da heute den Communicator anschauen oder wenn ich mich zurückerinnere an mein P910, was von Sony Ericsson damals Smartphones war, das war, das ist kompletter Dreck gewesen. Aber das war halt so gut, wie es damals ging. Und dann sehen wir halt, wir haben da iteriert und iteriert. Und heute haben wir halt ein Smartphone, das ein schönes Smartphone ist, das ein fantastisches Display hat, eine Kamera drin hat, das alles drin hat, was toll ist. Und in fünf Jahren lachen wir darüber. Aber genau an derselben Stelle sind wir halt jetzt auch. Und vielleicht stellt sich halt raus, weil du kannst dasselbe irgendwie auf einen Blackberry ummünzen, dass du sagst, ey, das ist eine mega gute Idee, immer eine physikalische Tastatur im Ding zu haben. Und dann wartest du ein paar Jahre und stellst plötzlich fest, die Technologie, Smartphone mit einer physikalischen Tastatur unten dran, steht so ein Stück vor einer Klippe. Weil es halt irgendwie für den Großteil nicht die gute Idee war. Vielleicht stellt sich das ja mit den faltbaren Displays auch raus, weil wir irgendwie in zwei Jahren einfach nur noch, jeder hat so einen Stift, wo man mit seinem Smartassistenten reden kann. Wenn du möchtest, ziehst du so ein langes Display aus. Unwahrscheinlich. Aber theoretisch geht sowas natürlich. Leo, was würde denn Leo 2005 das Mindblown, wenn er wissen würde, was 2019 so ist? Was für ein Trump-Präsident ist. Ja gut, das ist sowieso Mindblowing. Aber auch 2019 noch. Aber ich meine, faltbare Smartphones wären 2005 natürlich schon eine relativ spektakuläre Vorstellung gewesen. Also ich meine, abgesehen davon, dass das natürlich immer sowas ist, was, also gerade dieses Bildschirme zum Aufrollen und Aufhalten, das ist ja schon so ein Ur-Science-Fiction-Motiv vielleicht nicht. Aber etwas, was von der Idee her ja sehr lange existiert. Also die Vorstellung, wir nehmen großes Display und Faltens oder Rollens zusammen, um es dann wieder aufzurollen oder auseinanderzuklappen, das ist ja was, was uns ja seit vielen Jahren begleitet. Zumindest als Konzeptidee, die ja auch nicht so furchtbar abwegig ist. Und jetzt haben wir halt die ersten Geräte und deshalb bereiten die eine gewisse Freude, weil die plötzlich so eine Zukunftsform angenommen haben. Oder einen, sagen wir mal, naja, Zukunftstraum ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so ein sehr schönes, sehr schönes futuristisches Konzept umgesetzt haben. Und abgesehen davon, dass halt dieses futuristische Konzept immer noch sehr futuristisch ist, weil es halt einfach in aller Wahrscheinlichkeit nach einen solchen Berg an praktischen Problemen hat, dass du wirklich in Zweifel stellen kannst, dass diese zwei Geräte in irgendeiner Form alltagstauglich sind. Und damit natürlich letztlich hinfällig. Und ich weiß nicht, ich meine, der Vergleich mit den Fernsehern, der ist halt schwierig, weil diese gebogenen Fernseher, den gebogenen Fernseher ist ein interessantes Beispiel, weil da ja auch praktisch der Punkt gekommen ist, dass der Hersteller gemerkt hat, okay, wir haben jetzt praktisch die Technik, um halt den Fernseher zu biegen. Ob das wirklich sinnvoll oder nicht ist, egal, wir können das machen. Also lass uns verdammt nochmal die Fernseher biegen. Ist es halt auch was Neues, sieht auch vielleicht interessant aus, du kannst da wieder einen teuren Fernseher verkaufen, unter dem Strich und kannst halt irgendwie Marketing drumherum basteln, dass du irgendwie bessere Blickwinkel hast und so weiter. Und da mag vielleicht auch so ein Fünkchen Wahrheit auch irgendwo drinstecken, aber dieser Klappformfaktor, der ist ja schon, also der verändert die Geräte ja schon, weil du praktisch zwei Geräte plötzlich kombinierst, was die Displaygrößen angeht und ja auch verschiedene Modi dann letztlich hast, ob halt die Displays zusammengeklappt sind oder eben aufgeklappt sind. Und deshalb ist es ja mehr als irgendwie eine Funktion da dran zu bauen. Also ich meine, 3D-Fernseher war ja nun wirklich nochmal eine eigene Kiste für sich. Also ich hoffe, dass das nicht das Letzte war, was wir davon gesehen haben, was faltbare Geräte angeht und wenn man sich eben vorstellt, dass die halt, was die Materialien angeht und dann halt auch die Zuverlässigkeit und so weiter und halt softwareseitig einer sich die Mühe gibt, dass da halt wirklich das nahtlos läuft und Apps angepasst sind und das alles so funktioniert, in jedem möglichen Falt- und Klappzustand, dann ist das eigentlich eine ziemlich coole Kiste. Aber ich meine, die Frage ist halt, sind wir halt nächstes Jahr soweit oder ist es halt 2025 soweit? Also ich glaube schon, dass der Tag kommt. Also ich bin voll auf Falttelefonen aus. Ja, ich bin mir unsicher. Also man hat ja viele Hypes auch sterben sehen, die einfach dann nicht erfüllt wurden, weil sie halt zum Beispiel auch zu sehr gehypt wurden. Also VR ist zum Beispiel so eine Geschichte, die steht gefühlt seit Jahren eigentlich so ein bisschen still. Die war extrem gehypt und da sind so ein paar Produkte natürlich abgefallen und das ist jetzt ein bisschen mobiler und so weiter. Aber da ist auch jahrelang einfach jetzt nichts passiert und HoloLens hat sich jetzt irgendwie immer so Richtung Firmen und so weiter orientiert, was auch okay ist. Die neue HoloLens soll sehr schön sein, aber es ist halt nichts mehr, was Microsoft mal immer so als Immersive Entertainment und Spiele und so weiter vorgestellt hat, sondern es ist jetzt so eine Arbeitsmaschine geworden. Und mal gespannt, was Oculus weiter irgendwie treibt und so weiter. Das scheint ja unter Facebook-Führung so ein bisschen in die Richtung zu gehen. So auf jeden Fall mobile und von dieser ursprünglichen Idee mit den an starke Rechner angeschlossen und so weiter ein bisschen abzurücken. Ich gucke nochmal auf die Specs gerade und wir müssen ja mal beachten, dass dieses Display irgendwie 7 Inch hat dann irgendwie. Also 7 Zoll ist das ja dann irgendwie groß. 7,3 Zoll. Das ist halt auch nicht groß, was man da klappt gerade. Also das muss man ja mal bedenken. Und das ist halt so, die meisten Smartphones oder viele Android-Smartphones, die man kauft, die sind halt schon so in der Dimension zumindest. Ja, die sind so ein kleines iPad-Mini mehr oder weniger. Da fehlt noch ein gewisser Teil, aber es ist halt auch nicht irrsinnig viel Platz, den man da bekommt. Den bekommt es halt irgendwie so ein bisschen größer, würde ich es nennen. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man ein Telefon aufklappt und es wird dann ein Laptop. Da, also das ist, das ist, das hat noch keiner zumindest gezeigt oder sich vorgewagt damit und ich stelle mir durchaus die Frage, ob wir, ob eventuell nicht der clevere Reformfaktor ist, dass wir so eine Technologie wie irgendwie dein Smartphone ist jetzt so, ähm, äh, so vollgestopft mit Technik, dass es halt deinen Rechner ersetzen kann. Und dann ist der Bildschirm separat, also der ist separat davon. Der Bildschirm ist nicht unbedingt mit der Technik, äh, die in dem Smartphone sitzt, verbandelt, sondern es ist ein separates Gerät. Und das separate Gerät kann zum Beispiel auch eine Brille sein, ja, dass du, dass du die faltbaren Telefone einfach überspringst, weil jetzt irgendwie das Ding ist in der Brille. Ähm, ja, wir sind da auch noch einige Jahre sicherlich davon entfernt, aber ich glaube, diese Techniken werden dann irgendwann miteinander konkurrieren. Und, ähm, und es ist halt die Frage, ob du so ein kleines, also in Anführungszeichen, kleines Telefon zu einem etwas größeren Telefon machst oder ob du die Option hast, dass du ein Smartphone hast in der bis jetzigen Größe, ähm, und dann halt irgendwie dir eine Brille aufsetzt oder halt das Display separat hast und das dann wirklich eine, 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 eine Größe ist, eine Monitorgröße, wo man arbeiten kann oder die meisten Leute im Moment arbeiten. Was hat sich denn Leo 2005 gedacht, ob diese Geschichte mit den Podcasts in iTunes durch die Decke geht? Das ist zwar sehr lustiges Posting, was du da ausgegraben hast, an das ich auch absolut keine Erinnerung habe, aber sehr interessant. Da hat offensichtlich Apple eine Pressemitteilung rausgetan, 2005, kurz nach dem Start von, von iTunes, äh, Versionsnummer vergessen, ähm, wo drin stand, wir haben jetzt eine Million Podcast-Abos verteilt oder so. Dann fragt sich Leo so, hm, ja, weiß nicht, mal gucken. Weiß nicht, ob das so, so viel war, ja. Die, die Zahl erschien mir damals nicht so, nicht so massiv, ja. Ne, es war auch damals überhaupt gar nichts massiv an der, an der, an der Geschichte, aber es war der, der Grundstein für den ganzen Spaß hier. Nun gut. Nun gut. Nun gut.